So, ich fälle hier jetzt erstmal einfach nur viele Bäume ab. Oh mein Gott, ich bin so doof zum Abbau, ey. Neben mir ist einfach einer. Fuck, 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 fuck. Moin, meine lieben Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video. Und ja, wir sitzen hier in einem kleinen Loch und ihr habt es wahrscheinlich gestern schon gesehen. Wir sind hier bei Baro. Und wir haben zusammen den lieben SideX dabei, hallo. Okay Leute, leider habe ich etwas in meinem Aufnahmeprogramm umgestellt und deswegen hört ihr jetzt vielleicht den SideX nicht, der in einer Skype-Konferenz mit mir redet. Also nicht wundern, falls ich einfach mal irgendeine Frage stelle und keine Antwort komme. Und das kommt dann, weil der SideX eigentlich mit dabei ist, aber mein Aufnahmeprogramm z.T. rumspannt. Also, ja. Aber viel Spaß. Letzt ihr weiter. Es geht in 30 Sekunden los. What the fuck, what the fuck, what the fuck, ey. Oh mein Gott. Guck mal Leute, seht ihr das da hinten? Da hinten, da hinten, da werden wir hinrennen. Da, 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 da. Na, genau, genau, da. Werden wir hinlaufen. Na, da. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, 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 Leute. 30 Sekunden, in 30 Sekunden startet es. Good luck, schreien wir mal rein, ne? Oh shit, alter, what the fuck, ey. 20 Sekunden. Nochmal kurz hier das letzte bisschen snacken. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh die ganze Vorbereitung jetzt. 10 Sekunden, 10 Sekunden, oh mein Gott. Gut, half. Alter, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Go. Oh, okay, es geht los. Ja, genau, hier ist auch vorne ein Lava-Loch, also. So, okay, ich renne jetzt hier erstmal um diesen See herum. Ich nehme mir davon das Zuckerrohr gleich mit. Oh, da ist ein Baum. Oh. Oh mein Gott, ey, mein Herz klopft, ey. So, jetzt so. So, Schwert habe ich, gut. Weiß ich nicht, ich drehe mich jetzt auch nicht um. Lol, einfach wie schnell das Essen sinkt. Ich habe jetzt schon über die Hälfte verloren. Okay, ich habe, ich habe, ich habe 6, 2, 1 Steaks gleich. Lol, ich habe einfach schon, ich habe einfach schon kein Essen mehr. Oh mein Gott, ich laufe jetzt einfach, ich laufe gerade einfach nur. Willst du irgendwas erzählen vielleicht? Weiß ich, ich habe keine Ahnung, was es ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich laufe gerade einfach nur. Hier ist eine Höhle, hier ist eine Höhle. Oh fuck, ich habe, oh scheiße. Soll ich hier jetzt weiter rennen, oder? Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Also ich sehe zumindest nichts mehr, so. Dann baue ich hier um jetzt noch einen Baum ab, okay? Ich habe jetzt 8, ich habe jetzt 8 Schweine-Steaks. So. Hart. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es regnet einfach, geil. So, ich fälle hier jetzt erstmal einfach nur viele Bäume ab. Oh mein Gott, ich bin so doof zum Abbauen, ey. Neben mir ist einfach einer. Fuck, 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 fuck. Nein. Ja, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, ich laufe einfach nur weg, okay? Hier sind irre viele. Was? Ich bin noch weit, er hat mich noch nicht gesehen, glaube ich. Gut, ich bin jetzt, glaube ich, weit genug entfernt, ja. Er verfolgt mich, glaube ich, auch nicht. Aber ich habe jetzt keinen Bock hier in der ersten Folge irgendwie. Habe ich relativ wenig Bock drauf. Oh mein Gott, ey. Ich bin eigentlich schon froh, wenn diese Folge vorbei ist. Lol. Hier links ist einfach so ein riesiges Biom. Oder so, so, so. Bäume. Lol. Gut, ich suche eine. Vor allem, wenn es Nacht wird, dann bin ich richtig angerascht. Also, ich kann da jetzt auch wieder hin zurückrennen und versuche, den Typen zu killen. Aber hier gibt es einfach keine Höhlen. Hier auch nicht. Und ich habe gleich nicht mal mehr Essen zum Sprinten. Ja, hier ist aber einfach keine Höhle, nirgendwo. Und ich kann nicht mehr Sprinten. Soll ich mich nach unten bauen? Ist das hier eine gute Höhle? Ist das hier eine gute Höhle? So. So. So, baue ich jetzt hier erstmal Blöcke ab. Oh mein Gott, ey. Es ist einfach so, du hast voll Schiss irgendwie nach oben zu gucken beim Bauen. Ja, beim Abbauen. Oder du hast voll Schiss nach unten zu gucken. Ja. So. Ja. So, ich mache mir jetzt erstmal ein Steinschwert. Mache mir jetzt erstmal ein Steinschwert. So, ich mache mir jetzt noch eine Schaufel. Gut, ich würde sagen, ich baue mich jetzt nach unten, ja? Ich baue mich... Hier, ich habe Kürbisse gefunden. Bringen wir die was? Ne, ne? Ich habe eine Höhle. Ich habe eine Höhle. Eine Babyhöhle. Die mir im Grunde gar nichts bringt. Die ist so einfach nur also ein Block in. Aber ich habe hier eine Kuh. Ich bin jetzt Kuhschubser. Das ist irgendwie eine Beleidigung. Okay, ich baue mich jetzt einfach einen Berg rein. Und nach unten. Ich bin jetzt erstmal sicher, schätze ich mal. Stufenweise. Oh mein Gott, ich habe auch... Ich habe nur noch 6 Minuten 30 Zeit. 6 Minuten 40. Erinnere mich bitte daran, dass ich am Ende... Oh, der eine hat schon Eisen geschmolzen, der erste. Ja. Und der erste hat schon die Monster getötet. Ich habe Kohle. Ja, ich habe Kohle. Ich habe Kohle. Okay, gut. Das ist jetzt schon mal gut. Kohle ist schon mal der wichtigste Schritt. Ja gut, aber jetzt erstmal so, um überhaupt Essen machen zu können und sowas. Ja, jetzt mobbt mich hier nicht runter. Wahrscheinlich kommt jetzt so... Ja, erste Folge will ich auch schon Eisen haben. Scheit! Ja. Ja. Haus. Daite. Musik Musik Ich würde aber sowieso erst drauf gehen, wenn ich Full Iron bin, minimal und ein Tierschwert habe. Ich habe eine Hülle gefunden. So, pass auf, ich werde jetzt aber erstmal nochmal kurz, ähm, ja, noch drei Minuten exakt. So, ich werde mir jetzt hier erstmal nochmal ein bisschen Essen schmelzen, damit ich da runtergehe, damit ich da keine Überraschung von Monstern erlebe. Vor allem Essen schmelzen, echt deutsches, deutsches, echt wow. Oh, 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 oh. Ich höre aber auch noch keine Monster, worüber ich sehr froh bin. Hm. Okay. So, ich will mir jetzt noch mindestens zwei Stacks rausholen und dann geht es hier runter in die Höhle. Vor allem, ich bin jetzt, warte, ich bin jetzt auf der Höhe, ähm, 30. So. Für die Leute, die sich jetzt wundern sollten, ich habe hier jetzt halt eben gerade mein Dings aufgemacht, ähm, dass ich nur so wenige Frames habe. Das liegt natürlich an meinem, oh, ich will da jetzt eigentlich gar nicht runter, äh, ohne Scheiß. Lol, hier ist voll viel Eisen. Nice. Also, und Gold, nee, Gold, 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 Gold. Kann ich mir Gold erfüllen machen, das ist auch richtig nice. Hä, ist das jetzt deren Ernst? Diese Höhle ist einfach nur 3, 4 breit. Ernst jetzt? Ähm, ja. 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 Also, in der Mitte, in der Mitte. Nein. Aber, nur Heiltränke 1. Ich weiß jetzt nicht, ob das so wichtig ist. Da kann ich mir auch lieber Goldäpfel holen. Aber dazu brauche ich Melon. Ich bin jetzt auf der Höhe 18. Ich würde jetzt echt gerne mal irgendwie hier eine, ähm, bis jetzt auch nicht mehr als, so Höhe 11 ist Eisen, ne? Ich bin jetzt auf der Höhe 12. Gut, ich bin jetzt... ...Dier, meine ich ja. Okay, ich bin jetzt auf der Höhe. Okay, nur noch 13 Sekunden, gut. Gut, meine Koordinaten sehe ich. Ich mache hier mal kurz vor mir zu. Zack. Und ich werde in einer Sekunde gekickt. Wir haben ein Eisenschwert. Bisschen Eisen. Bisschen Gold. Ja, Zuckerrohr. Ziemlich viel sogar. Ja, auf jeden Fall. Die erste Folge haben wir überlebt. Es ist niemand gestorben in der ersten Folge. Und ich würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Ja, jetzt ist die Skype-Konferenz, wird gerade zugedonert. Ähm, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abonniert den Kanal. Guckt auf jeden Fall auch bei den anderen, die alle mitmachen. Wobei, die Links sind natürlich in der Videobeschreibung. Und, oh, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.